Ok Leute, willkommen zurück zu Mark of the Ninja und wir sind bzw. Wehren von Stalkern verfolgt und ich kann hier scheinbar nicht einfach so willlos voranlaufen, ich muss mich scheinbar verteidigen, nein kann ich nicht weil die übelst krasse Waffen haben, die Typen Fuck, ey, die sind das Gegner und vor allem wie schnell die sind Oh Scheiße, die haben mich entdeckt Jetzt schnell, weg hier Ok Bitte lass die jetzt nicht rauf kommen Ok, darüber Ey, die Stalker, die rot Stalker, die machen ganz schön Damage Scheiße Die können mich onehitten Oh Gott Jetzt wird's verdammt schwer Da ist so Boah, scheiß Bombe Da ist ein Secret Aber ich trau mich grad nicht dahin Oh Scheiße Bitte find mich nicht, bitte find mich nicht, bitte find mich nicht Doch, die haben mich gefunden Auch das war so klar Hier vielleicht irgendwie lang Ich glaube ich muss da rein Ja Ich muss diesen Weg gehen Ey, fuck, die Waffen von denen Oh Gott Ich muss grad sagen, dass mich das Spiel verdammt in Anspruch nimmt Ey, die porten sofort hinter mich, ey Seitdem springen die verdammt schnell rum Wenn die mich einmal treffen Wenn ich sofort Instant Kill Boah, wie viel Energie haben die Typen Komm schon Treff ihn doch mal Das gibt's nicht, ey Die wollen einfach nicht sterben Ich glaub, die können gar nicht sterben Die sind irgendwie Die haben so eine Art Gottmotor Gut, erstmal Situationen Und gucken Jetzt porten die sich runter Das ist der hier und startet sich dort um Das heißt inzwischen Warum kann ich die nicht töten? Das wär viel einfacher Das wärs echt, Leute Das wär echt viel einfacher Wenn ich die töten könnte Boah, die haben eine Range Diese Typen Das ist unfassbar Komm, ich hau ab Nein, da ist noch einer Nein, schnell weg Überlebt den Untergrundtunnel ohne Ausweg Ach du meine Güte Oh, what the Ach so, verstehe What the fuck Ok, was macht dieser Hebel Ach so, verstehe Ja, jetzt weiß ich Wie ich's machen soll Ich muss wieder schnell sein Nehme ich jetzt ganz schnell Da Und da Was, bitteschön Ich stand doch da drunter Ey Wieso trifft mich das Teil? Ich stand doch da drunter Nein, das geht auch nicht Oh, Gott sei Dank Das hat geklappt Ich weiß zwar nicht wie Aber es hat geklappt Nein Och Mann Na wenigstens von hier Ist nett vom Spiel Wenn du dich mal ducken würdest Wäre es vielleicht ein bisschen leichter Das zu machen Was ist das da unten überhaupt? Ach, verstehe Bestimmt irgendwie Nein Natürlich nicht Ist klar Obwohl Na, versuchen wir's anders Okay So geht's anscheinend Och Gott Was mach ich denn? Okay Was hat das jetzt gebracht? Egal Außenposten der Bandil vorbei Okay Ach, das sind das normale Banditen Aber ein schissener Raum Voller Fall Super Pass mal auf Ach du Scheiße Schnell weg Schnell weg Schnell weg Habe ich schon gesehen Dass da eine Falle war Habe ich schon gesehen Ach, da hin. Okay. Also da rüber. Warten. Bis der Typ da weg ist. Da. Nein. Du sollst doch das... Du sollst doch irgendwie diese komische Attacke machen. Oh, was ist das gerade nicht gemacht? Na, egal. Das war jetzt zwar nicht ganz das, was ich wollte. Aber es hat funktioniert. Oh nein, der hat mich jetzt gekillt, dieses Drecksteil. Du bist so ein scheiß Bandit. Kann man nicht so viel mehr sein. Oh, fuck. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Okay, ich darf scheinbar nicht zu schnell sein. Ich kriege das hin. Wir werden dich finden. Komm schon raus. Keine Träce. Scheiße. Da war ich zu langsam. Wo kommst du? Zeig dir selbst. Der ist doch schwerer als erwartet. So, du komm erst mal her. Freund. Das war ziemlich dumm von dir. Ja. Hey, hey, hey. Es ist er. Nein, wieso gehst du nicht runter? Hier. Geh es. Hier. Ach, er kann doch nicht runter. Ich höre etwas. Wir werden dich finden. Ich weiß nicht, kleiner Mensch. Hallo, kleiner Mensch. Mensch. Du musst schon machen, was ich dir sage. Sonst wird das hier nichts. Wir kommen für dich. Hey, ein Schuss von diesem Drecks, ähm, Heckenschützen und, ja, K.O. Oh komm. Ich habe das gehört. Du kannst immer noch nicht schlafen. Bist du da draußen? Jemand ist unten? Wir werden ihn hier verletzen. Danke, Kollege. Hey, hey. Ich komme für dich. Wieso hast du gerade deinen komischen Move nicht gemacht? Der hat seinen Move nicht gemacht. Was ist denn mit dir los, Mensch? Komm, jetzt geh noch mal so lang. Versuchen wir es mal oben. Was ist das denn? Der macht seinen Move nicht mehr. Also sein Finishing Move. Geil gemacht. Das war ich gerade selber gewesen. Aber irgendwas sagt mir, dass ich oben lang muss. Nee. Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann diesen Abschluss Move nicht mehr machen. Ich frage mich gerade, warum? Ich brauche den doch noch. Das ärgert mich jetzt aber. Ach, das sind Heckenschütze. Aber wie soll ich an den Rand kommen? Hey, es ist er! Okay, so scheinbar. Geh mal aus der Tür raus, Kollege. Du wirst sterben. Weg hier. He got someone. He will not be so lucky twice. It's clear. We will find you. Es ist krisch. Verstehe ich jetzt endlich hin? Welche wurde gefunden? Es scheint aber noch keine große Bedeutung zu sein. Ach, ein Checkpoint, danke. Was hat mich jetzt bitte getötet? Geh näher, geh näher. Tschüss Kollege, einer weniger. Ah, und da ist auch der Hebel, den ich suche. Jetzt muss ich bloß noch den hier erledigen. Und weg. Sauber. Fuck, was war das denn? Aber okay, das ist machbar, das verstehe ich. So? Und dann da runter und zack. Das ist aber bestimmt nicht die ganze Zeit, oder? Doch, die ganze Zeit. Oh nein, die schon wieder. So, geh weg. Komm, verschwinde. Verschwinde bitte. Okay, so. Nein! Ach, durch blöde Paperbomben bin ich jetzt gestorben. Klasse. Okay, komm. Ich muss erstmal die Bomben darunter so beseitigen. Ich muss erstmal die Bomben darunter so beseitigen. ok soweit so gut nachsehen und jetzt verschwindet da wieder ich muss jetzt darüber kommen sauber ist denn das hier noch ach da oben ist zielpunkt ok bis dahin schaffen wir noch falle definitiv falle ach du scheiße ach so verstehen alles geschafft der weg zu den hügeln jenseits davon ach du meine güte ist das ein langer weg gut leute ich würde sagen diesen weg nehmen wir uns den nächsten part vor das war es heute von markt und dann schon im nächsten part geht es dann hier weiter durch die ruinen und durch den nebel bis zum ende tschüss